Die Kommande der Johanniter in Böhmisch Eicher Die Geschichte von Böhmisch Eicher, tschechisch-tscheski-dub, reicht bis in romanische Zeiten. Die Stadt entstand als ein Marktflecken auf einem bedeutenden Handelsweg, der Prag mit der Lausitz verbannt, auf einem Sporn, der vom Jeschkenbach und dem Raschowka umflossen wird. Aus der Sicht seiner Gründung gehört Böhmisch Eicher zu den ältesten Siedlungen im Norden von Böhmen. Die Anfänge der Stadt hängen sehr eng mit der Kommande, also einem befestigten Kloster des Ritterordens der Johanniter zusammen. Diese wurde hier kurz nach 1237 durch den böhmischen Adligen Gullus von Lemberg gegründet, den Gatten der Heiligen Stislava, der Schutzpatronin des Jeschkenvorlandes und der böhmischen Länder, der Familie der Armen und Kranken, Die durch ihre Hospital-Tätigkeit und Heilwunder berühmt gewordene Heilige Stislava versorgte ihre Kranken mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade in dem Spital, welches zur hiesigen Kommande der Johanniter gehörte. Die Kommande der Johanniter in Böhmisch Eicher ist ein zum Teil erhaltener Gebäudekomplex aus dem 1240er Jahren, der durch den ritterlichen Orden St. Johannes vom Spital zu Jerusalem gebaut wurde und heute zu den ältesten erhaltenen mittelalterlichen Bauwerken in Nordböhmen gehört. Aus den erhaltenen Teilen sind am bedeutendsten die spätromanische Kapelle des Heiligen Johannes des Täufers und der sogenannte Große Saal des romanisch-gotischen Klostergebäudes, in dem die Besucher bis heute noch das ursprüngliche Gewölbe mit Gurtbögen, mittelalterlichen Fenstern und weiteren historischen Details bewundern können. Die Kommande im Böhmischen Eicher war Bestandteil eines Systems von Orden, die durch die Johanniter verwaltet wurden. Zu den Aufgaben des Ordens, der auch religiöse Bestandteile hatte, gehörten auch der mittelalterliche Schutz des anvertrauten Gebietes sowie der Betrieb von Spitälern und die Pflege und Beherbergung von Pilgern. Um die Sicherheit der Wege und Straßen und die Zugänglichkeit des Umfeldes gewährleisten zu können, wurden die Kommanden der Johanniter in einer Entfernung von etwa 50 Kilometer voneinander gebaut. Dies entsprach einem Abschnitt, den die Handelsleute an einem Tag zurücklegen konnten. So entstanden entlang des durch diese Landschaft führenden Handelsweges Kommanden in Prag, Jungbunzlau, Böhmischeicher und in Zittau. Zugleich mit der Gründung der Kommande in Böhmischeicher entstand im Vorfeld die Ansiedlung Sviertla, aus der sich später die Stadt Böhmischeicher entwickelte. Die Bedeutung, die die Kommande seinerzeit hatte, belegte Besuch des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches und Böhmischen Königs Karl IV. im Jahr 1357. In den Folgejahren verlor die Kommande allmählich an Bedeutung, um dann während der Husitenkriege endgültig unterzugehen. 1425 wurde sie von den letzten Ordensbrüdern verlassen. Sie mussten für den Bau eines Sitzes des husitischen Hauptmanns Jan Czabek von Zahn Platz machen. 1429 folgte das letzte Unheil. In diesem Jahr wurde Böhmischeicher durch das Heer der Weisen geplündert. Der Sitz war sicher ein Gegenstand großer Kämpfe. Sein Schicksal war es, zu trümmern zu werden. Im 16. Jahrhundert ließ der Eigentümer der Eicherherrschaft, Johann von Oppersdorf, anstelle der ehemaligen Kommande ein Renaissance-Schloss mit einer Brauerei errichten. Das Schloss wurde leider 1858 bei dem verheerenden Stadtbrand vernichtet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dann anstelle des ursprünglichen Ostflügels der Kommande ein städtisches Mietshaus gebaut. Die Überreste der aus alten Urkunden zwar bekannten, doch in der Geschichte verlorenen mittelalterlichen Kommande wurde erst 1991 entdeckt. Diese sensationelle Entdeckung ist dem Direktor des Museums in Böhmischeicher Dr. Thomas Edel zu verdanken. Es geschah nach vielen langen Jahren mühseliger Forschungsarbeit. Wichtig waren aber auch das Glück, insbesondere aber seine Ausdauer und Begeisterung. Unter einer nichtssagenden neuzeitlichen Einmauerung eines Kellers fand er damals eine längst verschollene Welt. In der Sonde sah er zum ersten Mal die so lange gesuchte, viele Jahre lang aber verschollene Kommande der Eicher Johanniter. Am Vormittag des 10. Oktober 1991 betrat er mit einem Satz von Hämmern und Stemmeisen den Schlosskeller. An die Gewölbeachse der Ostwand setzte er an den harten Zementputz das Stemmeisen an und innerhalb einiger Augenblicke, als wenn der Vorhang im Nationaltheater aufgehen würde, fiel die Einmauerung ab und aus der flachen Wand des Kellers stieg plötzlich eine tiefe Fensterlaibung hervor. Edel blickte in das 13. Jahrhundert. Anstatt eines kleinen Fragmentes oder eines kleinen Gewölbes erschien nach mehreren Wochen Arbeit ein ganzer Raum mit drei mächtigen Kreuzgewölben. Doch die Überraschung über die vermeintlich lange untergegangene Kommande nahm kein Ende. Während archäologischer Grabungen auf dem Gelände wurde im Jahr 2003 ein weiterer Fund freigelegt. In einem der Gräber in der Mitte des Geländes, der Johanniter, wurde ein seltsam romanisches mit Edelstein, Emalien und einer Plastik des gekrönten Christus verzierten Reliquienkreuz entdeckt. Die aufbewahrte Reliquie ist ein Holzteil des Heiligen Kreuzes. Ein großes Rätsel der Eicher Kommande ist aber die Frage, wem das Grab gehörte, in dem diese Kostbarkeiten gefunden wurden. Eine erschreckende Erkenntnis ist nämlich die Tatsache, dass dieses Grab in der Mitte eines männlichen Klosters keinem der Johanniter gehörte, sondern einer Frau. Dieser einmalige Befund eines spätromanischen zweistöckigen Palais und einer Kapelle der Eicher Kommande und gleichzeitig die Gleichsetzung ihres Gründers mit der herausragenden Persönlichkeit des Adelsgeschlechtes, der Marquardtinger, Gallus von Lemberg, des Gemahls der Heiligen Stislava, bedeutete im Jahr 1991 eine grundsätzliche Wende in der Wahrnehmung der Bedeutung von Böhmisch Eicher. Durch eine Verordnung des Ministeriums für Kultur der Tschechischen Republik, Nummer 476-92 SBGB1, wurde der historische Stadtkern zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt. Im Juni 1995 wurde das Programm der Regeneration des städtischen Denkmalschutzgebietes Böhmisch Eicher abgeschlossen. Die lange vernachlässigte historische Siedlung begann nach einem halben Jahrhundert Gleichgültigkeit, durch den gemeinsamen Willen vieler wieder zum Leben zu erwachen. Die Kommande der Johanniter in Böhmisch Eicher als Zweigstelle des Museums des Jeschkenvorlandes ist seit 1993 der Öffentlichkeit zugänglich. Beides wird durch das Museum des Jeschkenvorlandes verwaltet, dessen Träger die Stadt Böhmisch Eicher ist.